Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Toto und weiter geht's mit Digis Adventure und der Region Ägypten. So, der will einen Frösche haben, ja. Da will jemand Frösche haben. Ähm... Ja, ich mach den so rum. Dann kann ich mir nämlich einmal drin sparen. Ach so, da komme ich nicht hin. Gut, dann machen wir erstmal den. So. Und in diesem Falle... Ähm... Ziehe ich den. Okay. Okay. So. Gut, so. Dann geht's hier weiter. Okay. Weg damit. So. Na. Na. Ähm... Ja. Okay. Da komm ich schon so nicht durch. Okay. Dann nehmen wir hier auch direkt mit da. So. So. Dann gehen wir auch nicht durch. Ich gehe jetzt halb. Ähm... die beiden. Aber ich gehe trotzdem hier hoch. Die beiden. So. Dann geht das jetzt halt hier weiter. Okay. Okay. Ähm... Stellt sich die Frage, ob das geht. Okay. So. Ähm... So. 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 Einmal da rum. Ähm... Komme ich denn? Ja, komme ich. Aber ich muss trotzdem hier... So. Ähm... Achso. Ne. Komm ich nicht rum. Hier ist Stu. Okay. Habe ich eben nicht gesehen. Ich dachte ich käme da durch. Gut. Dann geht es jetzt hier weiter. Melonen mitnehmen. Die hat man schnell übersehen und vergessen. Dann sucht man sich nachher ein Wölfchen. Wie? 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 So. Ähm... Hier gehe ich... Auch so rum. So. Und dann geht es hier mit. Dann geht es hier weiter. Wasser. Die Stein kann ich... Ach ne. Die Stein kann ich nicht verlieben lassen. Den brauche ich. Muss ich mich gleich hundertprozentig hier irgendwie rüber? Ach ne. Doch. Darum. Stimmt's? Nö. Doch nicht. Na gut. So. Okay. So. Achso. Da brauche ich zwei Stück. Mutes. Ähm. Ähm. Ich lege den nach da oben. Ähm. Den. Ähm. Nach da unten. Den. Ähm. Ich lege so rum. Ja. Den kann ich nämlich von hier schieben. Ja. So. Damit danke ich mich bei euch fürs Zusehen. Lasst mir ein Like und ein Abo da. Folgt noch meinen Kanälen auf YouTube, auf Twitch und auf Kik. Bis zur nächsten Folge. Und Tschüss sagt der Toto.